Gude und herzlich willkommen zu meinem ersten Last Epoch Build Guide Video. Ja, wir spielen heute mal Last Epoch und ich stelle euch heute auch mal direkt ein Bild vor. Und zwar von der neuen Klasse, die vor kurzem released wurde und zwar dem Runemaster. Der Runemaster ist eine super, super interessant heftige Klasse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht nur ich, sondern auch die Community hatte beim Entdecken der Klasse so viel Spaß wie noch nie. Also die Klasse ist sehr unik, was den Playstyle angeht. Und das hat einfach mega, mega Spaß gemacht, als einer der ersten Personen das eben selbst mit live erleben zu können. Und ja, deswegen möchte ich euch jetzt gerne einfach mal die Klasse vorstellen, das Bild vorstellen. Mir macht es mega Spaß, deswegen habe ich gedacht, haue ich mal ein Video für euch reiß. Also hier mal ein bisschen Gameplay und danach gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Also hier mal ein bisschen Gameplay und dann gehen wir über das Bild. Untertitelung des ZDF, 2020 So, zuallererst, bevor wir jetzt mit dem Bild starten, gehen natürlich Shoutouts raus an McFluffin. Link findet ihr auch natürlich unten in der Beschreibung. Und das ist das Bild, was ich quasi spiele, so in etwa, ja natürlich mit ein bisschen eigenem Twist dabei. Und zwar ist es der Frostclaw Rune Master. Den kompletten Guide findet ihr auch auf maxroll.gg, Link auch unten in der Beschreibung. Und da geht es wirklich detailliert über alle Sachen, da könnt ihr nochmal genau alles nachlesen. Ihr seht ein bisschen die Gear Progression, welche Blessings wichtig sind. Ja, ich werde aber darauf jetzt nochmal eingehen und auch was meine Erfahrung eben mit dem Bild war. Weil da gab es so den ein oder anderen Kniff eben dabei. Also wenn ihr das nachlesen wollt, Link findet ihr in der Beschreibung. Kommen wir jetzt nun aber mal zu meinem Charakter momentan, so wie er da steht. Wir sind momentan gerade Level 90. Ich habe gerade das Wochenende jetzt nach dem Patch Release ein bisschen gezockt. Am Anfang halt sehr, sehr viel getestet, dann Story mal wieder kennengelernt. Es gab ja auch ein paar Reworks in den Akten. Und dann habe ich eben die Monolithe gemacht und bin jetzt in Empowered. Und da fang es dann an, ein paar Schwierigkeiten zu geben. Die dann aber relativ schnell wieder ausgeglichen wurden, weil ich einfach sehr lange schon kein Last Epoch mehr gespielt hatte. Aber ja, Level 90 sind wir. Da sieht momentan mein Gear aus. Ein bisschen so, ein bisschen so. Ich habe es probiert, so gut es geht, neu zu machen. Also kein Gear zu benutzen, was ich schon auf der Bank liegen hatte. Natürlich ist es aber schwer für die Charts irgendwie nachzuvollziehen. Deswegen ist es dann am Ende so ein bisschen ein Mix geworden zwischen beiden Sachen. Aber hier haben wir auf jeden Fall mal das Gear. Da werden wir auch gleich drüber gehen, was so die wichtigsten Sachen von dem Gear sind. Dann die Blessings. Da bin ich noch lange nicht fertig. Blessing Grind dauert halt echt mega. Und ich will noch nicht so viel grinden, dass ich dann, wenn das Spiel released wird, noch da ordentlich Spaß dran haben kann. Deswegen ist es jetzt nur mal so ein Test-State. Aber da werden wir definitiv auch drüber gehen. Und dann kommen wir noch zum Ende dann über die Skills. Was Skills wir usen und vor allem, welche Skill-Kombinationen es da noch gibt. Und welche Sachen da wirklich sehr, sehr cool sind beim Runemaster. Okay, fangen wir an. Was spielen wir? Wir spielen Frostclaw. Haben wir ja schon gesehen im Video. Aber wir spielen nicht nur Frostclaw, sondern wir spielen quasi ein Trigger-Bild. Also wir spielen Frostclaw mit einem Trigger. Unsere Frostclaw hat die Fähigkeit, eben verschiedene Sachen auszulösen. Zum einen haben wir hier die Chance, Elemental Nova auszulösen. Und zum anderen haben wir hier unten die Chance, Ice Barrage auszulösen für einen höheren Single-Target-Damage. Das bedeutet, wir skillen auch in Elemental Nova, aber benutzen sie nicht als aktiven Skill, weil die eben wirklich nur als Trigger gedacht ist. Was wir machen, wir rennen die ganze Zeit rum und casten nur Frostclaw und hoffen, dass wir eben unsere Trigger auslösen. Wie ihr jetzt seht, ich habe jetzt hier noch nicht einen, also die AOE von der Elemental Nova, die seht ihr ja. Und hier seht ihr jetzt auch die Ice Barrage. Die werden dann eben auch getriggert. Das ist ein sehr, sehr cooler Playstyle, weil sowas habe ich jetzt noch nicht gesehen gehabt in Last Epoch. Und ich kannte es schon eben aus anderen Games. Deswegen habe ich mir gedacht, oh ja, das hört sich sehr gut an. Das will ich ausprobieren. Natürlich hätte ich sehr gerne was probiert mit der neuen Runic Invocation. Das ist dieser neue Kombinations-Elemental-Skill. Und da habe ich sehr, sehr viel rumprobiert und das war auch super witzig. Aber irgendwie, ich wollte was Eisiges spielen und ich hatte Frostclaw in dem Video gesehen vom Trailer und dachte mir so, oh, das sieht echt gut aus. Und deswegen bin ich eben dabei geblieben. Okay, kommen wir aber ein bisschen weiter jetzt zu den Interaktionen. Wir benutzen Frostclaw eben als Main Attack. Die triggert dann unsere Elemental Nova und unseren Ice Spear. Dann haben wir noch natürlich als Utility Skill unseren Teleport, mit dem wir durch die Gegend springen. Bei Teleport ganz wichtig. Eine der wichtigsten Sachen, die ihr euch schnell fahren wollt, ist dieses Idle hier. Ich bin mega lucky gewesen, da ich das innerhalb schon von ein paar Stunden getroppt habe. Und zwar 3 Sekunden Stun-Immunität, nachdem ihr Teleport nutzt und Cold Damage noch extra unten drauf. Das wäre das perfekte Best-in-Slot-Idle. Und wie ihr hier seht, meins ist sogar 2% Off-Max-Roll. Das heißt, es ist wirklich, wirklich gut. Ja, die Streamer-Arngie hat wieder zugeschlagen. Nicht nur in PoE, sondern auch in Last Epoch habe ich die jetzt. Das ist dann eine der wichtigsten Sachen. Aber wir benutzen Teleport nur als Movement Skill. Das bedeutet, wir skillen da nicht eben rein, hier in unsere Spezialikation, weil wir eben die Elemental Nova benutzen, die wir aber nicht als Main Skill nutzen. Sehr, sehr cool geregelt. Und dann haben wir noch als Buff und Defense und Debuff eben Frostwall, der neue Skill vom Rune Master oder einer der neuen Skills und Flame Ward. Ja, Flame Ward ist überwiegend unser Defensive oder Damage Boost. Ja, ihr könnt es natürlich in zwei verschiedene Richtungen skillen. Ihr könnt es mit ein bisschen mehr Defense skillen, ja. Und ihr könnt es aber auch ein bisschen mehr in Richtung mehr Damage skillen. Da müsst ihr dann einfach es euren Playstyle anpassen, beziehungsweise auch gucken, so wie ist euer Gear, in welchem Status seid ihr so. Am Anfang vielleicht ein bisschen mehr auf Defense und dann am Ende, wenn ihr dann richtig gutes Gear habt, könnt ihr dann mehr auf Offense gehen. Und dann haben wir noch unsere Frostwall, die übertrieben gut ist, aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu. So, bevor wir aber weiter über die Skills und die Synergies da reden, reden wir jetzt erstmal so ein bisschen über das Gear, beziehungsweise über den Playstyle, den ihr ja schon gesehen habt im Video, der ein bisschen extravaganter vielleicht euch ins Auge fällt, weil wir eben unser Live-Opfern, um Ward zu bekommen und ziemlich auf Lowlife hier die ganze Zeit gehen. Und natürlich, ich will nicht die ganze Zeit Potz drücken, also brauchen wir natürlich ein paar Sachen, die das Ganze auskontern. Und ich erkläre euch jetzt auch, warum das Ganze überhaupt passiert. Und zwar ist es wegen diesem, ich nenne es jetzt mal mandatory unique, aber es ist nicht wirklich mandatory, weil man hat es halt nicht von Anfang an, man muss es fahren. Und ich habe es davor auch nicht gehabt und habe es gefahren und es ging auch sehr gut. Und zwar ist es Twisted Heart. Twisted Heart sagt einfach, dass ihr ein Prozentsatz auf eurem Leben spendet und dann Ward eben bekommt. Und wir bekommen Plus-Level auf Elemental Skills und Stärke Car Speed, ja. Das ist halt sehr, sehr gut, weil Plus-Level wirklich sehr stark sind in dem Game, ja. Und wir bekommen es halt auf alle Elemental Skills, das heißt auf Frostclaw, auf Frostwall, auf Ice Barrage und auch auf unsere Elemental Nova. Auf die ganzen wichtigen Sachen überall, Plus 1 drauf ist sehr, sehr gut. Natürlich könnten wir mit einem normalen Relic, könnten wir auch Plus 3 bekommen oder Plus 4 auf 1 Skill, aber dann halt nicht auf alle, ja. Und idealerweise wollen wir dann hier, das seht ihr auch im Build Guide, dann Legendary Potential haben mit Plus-Level auf Frostclaw noch dazu, um die nochmal zu boosten. Aber das ist so eher unique, was ihr eben farmen wollt, relativ früh, um eben diesen Boost zu bekommen. Aber wir müssen irgendwie das ja gegenkontern, dass wir eben 12% unseres Lebens die ganze Zeit bezahlen. Und klar, wir bekommen dafür Ward, aber nichtsdestotrotz, wenn unser Ward weg ist, dann brauchen wir ja auch irgendwas. Und da kommen dann zwei andere Mechaniken zum Augenschein, und zwar Leech. Momentan benutze ich das Pleading Heart, weil Pleading Heart gibt euch insgesamt 5,3% Damage Leech as Life, kann bis zu 9% hochrollen, ich habe leider einen schlechten Roll, ja. Das ist momentan eine sehr, sehr gute, billige Alternative, sage ich jetzt mal, weil das Amulett sehr common ist, ja. Also das kriegt ihr relativ schnell, und da könnt ihr euch auch einfach ein gutes Farmen. Und dann habt ihr hier schon mal Leech drauf, dass ihr euer Life eben gegen Leech, also das ist wirklich sehr, sehr stark. Das nächste, was ihr dann braucht, oder was noch gut wäre in Kombination, wäre dann hier das Blessing von Black Sun Monolith, dass ihr da dann euch das Spell Leech Blessing holt. Leider habe ich es nach 5 Mal Farmen, glaube ich, immer noch nicht bekommen. Ich habe nur das Leech Raid bekommen, das heißt einfach, dass unsere Leech ein bisschen effektiver ist, ja. Aber das Spell Leech wäre eben hier besser, der Best in Slot Blessing und auch eben einer der wichtigsten, die ihr am Anfang Farmen müsst, wenn ihr dann eben dieses Unique habt, um diesen Malus von diesem Prozent Life, was ihr bezahlt, die ganze Zeit eben gegen zu Leechen. Weil dann kommen wir nämlich zu einem Punkt, dass wir ganz viel Ward haben und ganz viel Life haben und dann wirklich sehr, sehr tanky sind. Gut, das waren so die zwei Main Uniques jetzt mal, kommen wir jetzt zum dritten Unique. Wie gesagt, die sind alle nicht mandatory, aber wenn man die hat und die sind auch sehr, sehr einfach zu farmen, dann geht das Bild so richtig durch die Decke. Und zwar ist es Throne of Ambition. Throne of Ambition ist ein Boss Unique, sehr, sehr einfach zu farmen und gibt uns einfach einen immensen Damage Boost. Und zwar, wir bekommen 20 Stacks of Ambition, immer wenn wir eben eingreifen und die stacken dann eben unseren Cold Damage bis zu 2% more pro Stack und das sind dann insgesamt 40% more Cold Damage. Das ist eine sehr, sehr nette Sache. Zusätzlich bekommen wir auch noch Armor dazu, das heißt, es gibt uns Ganze auch nochmal Defense Tankiness und das wollen wir auf jeden Fall haben. Gerade am Anfang, wenn wir das Bild noch nicht auf perfekten Item Stats haben etc., ist es sehr, sehr wichtig zu haben. Wenn wir jetzt gerade bei den Idols sind, fangen wir doch mit den Idols an, was Gear angeht. Und zwar, Idols sind wie immer erstmal dazu da, dass ihr eure Resis cappt. Ganz am Anfang neue Liga oder neuer Charakter und ihr wollt nicht irgendwie altes Gear oder sowas benutzen, dann guckt eben hier, dass ihr einfach da eure Resis cappt. Wie vorhin gesagt, ihr wollt hier einmal Stun Immunität after Teleport mit Cold Damage drauf haben und dann am Anfang Double Health, Hellfire Res oder eben Sachen in die Richtung. Wie ihr seht, meine Sachen sind nicht so gut, ich habe nicht so viele vorgefarmte Sachen, aber probiert eben hierdurch eure Resis zu cappen, was ihr eben nicht auf euer Gear bekommt. Und dann kommen wir zum Gear, was sind so die Prioritäten, die ihr beim Gear eben machen solltet. Natürlich guckt ihr so ein bisschen auf Resis, ja, aber ganz am Anfang ist es echt wichtig, dass ihr mehr Live bekommt. Ihr wollt gucken, dass ihr überall Live oder Hybrid Live wenigstens drauf habt, weil ihr seht es bei mir, ich bin echt low on Live, ja. Weil ich eben das nicht so gut umsetzen konnte, überall Live drauf zu haben, weil ich schon mehr so für die Endgame Stats gegangen bin, die halt nicht so gut ins Early Game reinpassen. Das heißt, guckt hier auf euer Gear, dass ihr da mehr Live Stats drauf bekommt und achtet erstmal auf die Suffixe, nicht so sehr auf die Prefixe. Die Prefixe ist dann so der zweite Step, die ihr in Angriff nehmen könnt. Und zwar haben wir da echt ein paar Stück. Overall kann man sagen, wir brauchen Car Speed, wir brauchen Crit Chance und wir brauchen Crit Multi. Und dann alles, was eben noch unseren Damage Boost. Prefixe sind überwiegend für Damage Booster, ja. Hier zum Beispiel bei den Cloths Car Speed Crit Chance ist sehr nice. Bei den Boots natürlich Movement Speed und Int. Wir stacken Int, weil es einige Mechaniken gibt, die mit Int skalieren und uns durch einen gewissen Int Threshold mehr Boni geben. Dann haben wir hier zum Beispiel einen dieser Boni, die wir bekommen auf Mana. Kriegen wir 60% Spell Crit, wenn wir 300 Mana haben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Mod. Dann haben wir hier auch wieder Crit und Crit Multi. Und auf dem Kopf haben wir auch wieder Spell Crit, wenn wir 300 Mana haben. Und ansonsten guckt einfach, dass ihr eben eure Resistenzen und euer Live hochpusht, so gut es geht. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt quasi, was Gear betrifft. Und zwar der wichtigste, das Beste kommt immer zum Schluss, Mana Rack. Ihr seht es ja gerade, wenn wir viele Triggers haben und alle Skills einmal durchaktivieren, dann wird irgendwann es anfangen, dass unser Mana sehr, sehr schnell runter traint. Weil eben durch die Trigger, jeder Trigger konsumt auch Mana und dadurch traint unser Mana sehr, sehr schnell runter. Das bedeutet, ihr wollt auf eurem Jewry, das heißt auf den Ringen und auf dem Gürtel, wollt ihr Mana Rack haben, so hoch wie möglich und so gut wie möglich. Wenn ihr noch irgendwo anders braucht, holt es euch noch irgendwo anders. Aber hier, das sind jetzt die Sachen, wo ich gesagt habe, so okay, damit ist es okay. Aber selbst hier komme ich noch bei Bossen manchmal ins Stottern, wenn die Trigger zu häufig sind. Wenn ich zu viele automatische Trigger von Ice Barrage habe, habe ich manchmal eben die Phase, dass ich dann ein bisschen rumlaufen muss, kurz warten muss, bis ich wieder Mana habe, um wieder ordentlich durchcasten zu können. Also da ist es auch noch nicht so ideal, mein Gear wird aber eben mit dem späteren Zeitpunkt dann deutlich besser, weil ich habe auch überall noch nicht die richtigen Bases und alles. Also da kommt noch ein bisschen was. Kommen wir zur Warn. Warn, euer Main Damage Partner. Und hier haben wir eine meiner Meinung nach sehr gute Wand. Also für mich ist die schon echt nice. Wir haben eine Crystal Wand. Hier sehr wichtig. Auch immer wieder eine Sache, die ich selbst auch vergesse. Die Base Types sind extrem wichtig. Vor allem hier der Flat Spell Damage und die Flat Mana, die wir bekommen, synergieren sehr gut mit dem Build und mit den Skills. Und dann suchen wir als Stat als Prefixe Car Speed und Crit Multi. Wollt ihr so hoch haben wie möglich. Und dann könnt ihr als Suffixe noch Schock und Ignite Chance, dass Gegner noch geschockt und ignitet werden. Ich habe leider nur Chill Chance drauf bekommen und das wollte sich nicht mehr ändern. Aber ja, so sollte dann so ein Wand aussehen. Mit dem könnt ihr schon so einiges auf jeden Fall machen. Und dann auch ansonsten bei den anderen Sachen, wie gesagt, achtet darauf, dass ihr die richtigen Base Types habt. Hier bei der Body Armor, dass es Armor, Mana und Mana Regen drauf ist. Und dass auch die Rolls vielleicht gut sind, ja auch sehr, sehr wichtig. Und auch hier beim Kopf Cooldown Recovery, Mana und Armor. Cooldown Recovery funktioniert übrigens auch sehr, sehr gut mit unserem Build. Und selbst hier habe ich jetzt noch nicht die richtigen Bases. Da auch noch nicht. Bei den Gloves auch noch nicht. Da bin ich überall noch Work in Progress. Aber die Stats gehen so langsam schon mal in die richtige Richtung. Auch die Resis gehen langsam in die richtige Richtung. Wir sind nur noch Physical und Void Resistance sehr undercap, sage ich jetzt mal. Bei den anderen sieht das sehr, sehr gut aus, ja. Und unsere Armor haben wir jetzt auch schon mittlerweile so 22%. Das ist ganz nett. So, kommen wir ganz kurz zu unseren Passive Points. Hier gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wir nehmen 20 Base Punkte natürlich im Mage Tree. Ja, die müssen wir ja drin haben. Wir nehmen hier natürlich Int. Wir skalieren ja sehr, sehr gut mit Int und kriegen noch kostenlose Resis dazu. Zwei Punkte in Elementalist. Und dann hier Car Speed und Crit Chance noch dazu. Dann nehmen wir noch 16 Punkte natürlich für die richtige Order. Findet ihr es im Guide, im Max-Straw-Guide sieht es sehr, sehr gut aus. Da könnt ihr dann gucken, in welcher Reihenfolge ihr was skillt. Bei dem Sorcerer's nehmen wir Arcane Momentum. Das ist ein sehr, sehr netter Buff, den wir bekommen können. Und der uns in Fight eben extrem nochmal im Damage boostet. Hier nochmal in Scaling und dann hier nochmal Increased Damage für das Arcane Momentum Buff. Und dann beim Rune Master gehen wir einmal komplett durch. Hier auch überall unser Fokus. Zum einen auf Live. Wir nehmen hier einmal Live mit. Wir haben hier oben Flat Live. Wir haben noch ein paar Damage Reduction Sachen drin. Aber überwiegend geht es dann eher in Richtung Mana, Car Speed, Crit in Scaling eben hier drauf. Wenn ihr dann merkt so, hey, ich bin immer noch ein bisschen zu squishy oder ich falle zu schnell um, dann könnt ihr ein paar Sachen von den Damage Scaling eben runternehmen und dann ein bisschen mehr auf Tankiness gehen. Hier zum Beispiel die Crit Multiplier könnt ihr, wird auch glaube ich erst relativ spät geskillt, könnt ihr dann wegnehmen. Könnt nochmal ein bisschen mehr Live oder Defense eben mitnehmen. Aber ansonsten, wir haben hier Endurance mit dabei. Es ist schon relativ gut ausgebaut, wenn man denn drauf achtet, was auf dem Gear ist, weil das Gear wirklich sehr, sehr wichtig ist und das war einer der Fehler, die ich am Anfang gemacht hatte. Gut, kommen wir jetzt so ein bisschen noch zu dem letzten Thema, was ich mit euch ansprechen wollte und zwar die Synergies. Synergies sind mega, mega gut mit diesem Character, mit diesem Build oder mit dieser Specialization, sage ich jetzt mal. Und zwar haben wir ja neue Skills bekommen. Wir haben zum einen Flame Rush bekommen, was ein Movement Skill ist, der meiner Meinung nach sehr, sehr funny ist, aber sich so ein bisschen komisch anfühlt. Vor allem, wenn man halt so, es ist länger channelt, ist ein bisschen komisch. Aber ich fand es sehr, sehr cool, sich einfach in den Feuerball zu verwandeln und dann einfach über die Map zu fliegen. Dann haben wir Frostwall, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Dann haben wir Runebolt. Runebolt ist auch ein sehr, sehr funny Skill, der eben verschiedene Elemente schießt. Quasi als Feuerball, aber in allen drei Elementen. Dann haben wir die Cliff of Dominion, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Und dann eben die Runic Invocation, unseren Ultimate Skill, sage ich jetzt mal. Aber fangen wir mit der Frostwall an, weil wir ja auch die Frostwall selbst benutzen. Die Frostwall ist das ultimative Tool, sage ich jetzt mal, in Defense, in Offense, in Buffing, in Debuffing, in allem Möglichen. Das Teil hat einfach alles. Und jetzt kommt das Allergeilste nicht nur für euch, sondern auch für andere. Sprich, ihr könntet daraus einen Support Character bauen oder so irgendwas. Weil wir bekommen zum Beispiel einen Cleanse, wenn man durch die Frostwall läuft. Also alle negativen Ailments werden daraus gecleanzt, ja. Für euch und Allies, ja. Das ist übertrieben gut. Dann habt ihr für euch selbst, wenn ihr durchläuft, bekommt ihr Flamewood, ja. Das habt ihr ja vielleicht auch im Gameplay schon gesehen. Wenn ich jetzt hier meine Frostwall hinstelle und durchlaufe, dann wird Flamewood automatisch aktiviert. Und ich bekomme halt den Ward Boost von Flamewood. Und ich kann aber hingehen und kann nach dem Durchlaufen nochmal Flamewood aktivieren. Und habe dann einen Doppelstack quasi für mehr Defense, mehr Offense und mehr Ward. Aber das ist nicht alles. Ihr habt es gerade eben schon gesehen. Wenn ich jetzt hier durch die Frostwall durchlaufe, achtet mal unten auf die Buffs. Plopp. Ich bekomme Haste und Frenzy noch dazu. Und das ist auch nicht nur für mich, sondern das ist auch wieder für alle Allies, ja. Also das ist, wir bekommen hier noch Ward. Und es ist unfassbar gut, wie geil dieser Skill gemacht ist, ja. Hier seht ihr es. Haste und Frenzy. Die Duration könnt ihr natürlich dann noch hochstacken, aber es ist eben für euch und für Allies. Das heißt, es heißt sehr gut Partyplay, playable oder so, würde ich jetzt mal sagen, ja. Sehr, sehr interessante Sache auf jeden Fall. Und ihr bekommt natürlich dann eben auch noch die Debuffs, wenn Gegner durchlaufen, ne. Da könnt ihr euch auch ein bisschen drauf spezialisieren, dass die dann eben geslowed werden. Also geslowed, gefreezed, Frostbite bekommen, etc. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir eben unsere Frostwall ändern in eine Firewall oder sogar in eine Lightningwall, ja. Die sehen auch sehr, sehr cool aus. Und da können wir dann eben anstatt mit Slows mit Shocks arbeiten. Also hier sehr, sehr coole Möglichkeiten. Vor allem mit den Aemon-Cleans, ja. Vor allem mit dem Frenzy und Haste-Buff. Sehr, sehr cool, finde ich das Ganze. Und da kommen wir dann auch zum nächsten Skill, der so ähnlich funktioniert. Nicht ganz so, aber so ähnlich. Aber den ich jetzt leider noch nicht geskillt habe. Und zwar ist es Cliff of Dominion. Ist auch einer der neuen Skills, die es gibt. Und der hat ähnliche Funktionen, ja. Der hat zum Beispiel Funktionen, dass er Gegner slowt, wenn er in den, also wenn, warte, ich muss euch den Skill zeigen, dass ihr besser wisst, was ich meine. Cliff of Dominion geht hin und legt eine Rune auf den Boden, die sich langsam ausbreitet und dann eben explodiert, ja. Und den Skill können wir dann auch quasi als Buffing-Tool benutzen, sage ich jetzt mal. Weil er hat auch einige Synergien, die gut im Crewplay eben funktionieren. Und zwar sind es Sachen wie zum Beispiel, wenn wir hier drin stehen, bekommen wir einfach einen höheren Damage-Multifier. Hier gibt es sogar nochmal eine eigene Interaktion mit Desintegration, diesem Laserbeam, den ihr schießen könnt. Ist jetzt nicht für Partyplay gedacht, aber auch für das Bild sehr, sehr nice. Aber ansonsten haben wir hier zum Beispiel, dass wir Ward pro Sekunde bekommen, solange wir eben auf dieser Klüfe draufstehen. Wir haben dann hier nochmal eine Fähigkeit, dass wir All-Rest bekommen, also nicht nur für uns, sondern auch für Allies. You and your allies gain additional resistance while standing on your cliff. Dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, das Ganze dann eben nochmal höher zu boosten. Aber ich finde wirklich die Idee, dass es verschiedene Skills gibt, vor allem die Frostwall. Weil die Frostwall, denke ich, ist ein bisschen einfacher zu nutzen als die Klüfe. Aber diese Möglichkeit eben, dein Team nochmal zu buffen oder dich selbst zu buffen, sehr, sehr gut. Und ich finde Frostwall sehr gut als Skill umgesetzt. Also ich glaube, das wird so in ziemlich jedem Bild benutzt werden, weil es eben sehr, sehr nice ist. Und man es auch eben als Trigger benutzen kann für Runic Invocation. Je nachdem, welchen Skill wir dann eben, oder welches Element wir dann eben brauchen. Und speaking of Runic Invocation, ich will sie euch einmal ganz kurz noch zeigen. Und zwar die neue Fähigkeit des Rune Masters, beziehungsweise die neue Mastery, die es in dem Game gibt. Runic Invocation ist einfach ein Skill, den ihr aktivieren könnt, sobald ihr ein paar Runen habt. Dazu gibt es schon im Internet ganz, ganz viele Seiten und Guides und Videos und so. Aber ich will es euch einmal ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Cast machen, dann sehen wir, wir haben eine Rune über unserem Kopf. Das ist eine Frostrune. Wenn ich noch einen Cast mache, kriege ich eine zweite, noch einen Cast, kriege ich eine dritte. Wenn ich dann meine Runic Invocation aktiviere, konsumt sie diese Rune. Und je nachdem, welche Rune ich habe, wird eben ein Skill ausgeführt. Und hier jetzt zum Beispiel, ich habe drei Cold Runen. Und wenn ich jetzt meine Invocation mache, dann kommt so ein Eisschauer. Wenn ich jetzt hingehe und sage, hier, ich will jetzt einmal Cold, Cold und mache dann den Static Orb, der Lightning ist. Dann bekomme ich als nächsten Skill, ja okay, hat man jetzt nicht so gut gesehen, weil keine Gegner da waren. Aber das ist dann so ein Giga Arc, sage ich jetzt mal. Aber wir können auch hingehen, zum Beispiel können Lightning, Lightning, Cold machen und haben dann als nächsten Skill so einen riesengroßen Eistornado, der halt so expandet und dann Damage macht. Von dem Ganzen gibt es insgesamt 40 verschiedene Möglichkeiten, eben einen Skill zu usen. Und der ein oder andere davon ist richtig, richtig OP und gibt es auch schon richtig geile Builds dazu. Aber leider, die Cold-Sachen passen nicht so in das Bild rein, wie ich es gerne hätte. Deswegen ist da leider nichts dabei. Gut Leute, das war es mit meinem ersten Build Guide Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch den Rune Master ein bisschen vorstellen und das Bild auch ein bisschen vorstellen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Der Trigger-Effekt war richtig cool. Und vor allem am Ende gab es auch so eine Chain-Explosion dann. Und wenn man dann richtig, richtig viele Monster beisammen hat, hat man so eine richtig schöne Ice-Explosion. Kennt man aus POE, Herald of Ice. War wirklich sehr enjoyable dieses Wochenende und ich freue mich auf die nächsten Patches. Und vor allem auf die nächsten Sachen, die jetzt noch ins Game hinzukommen werden. Weil wir hatten jetzt diesen Patch schon zwei, sage ich mal, große Neuerungen, die im Game stattgefunden haben. Da werde ich auch nochmal ein separates Video dazu machen. Und sprich, wenn ihr das Video dann nicht verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Lasst ein Abo da und klingelt die Glocke. Dann seht ihr das nächste Video auch. Weil da gehe ich dann über den aktuellen Status von Last Epoch drüber. Von Last Epoch drüber, Entschuldigung. Und werde so ein bisschen erzählen, so was kam jetzt neu. Wie ist es ins Game reingekommen? Wie ist das Game momentan? Das, falls ihr euch selbst ein Bild darüber mal machen wollt, dass ihr das dann da sehen könnt. Ja, bis dahin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Gude und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.